Hallo, liebe Deutschlerner! Ich habe gerade ein Video auf Englisch aufgenommen. Falls dein Deutsch noch nicht so gut ist, dann schaue dir das Video vor diesem Video an und ich werde in diesem Video alles sagen, was ich in dem Video auf Englisch schon gesagt habe für all die von euch, die schon genug Deutsch verstehen, um dieses Video verstehen zu können. Ja, ich weiß schon, wie ihr reagieren werdet oder wie manche von euch reagieren werdet, weil ich immer bestimmte Kommentare von euch bekomme, wenn ich eine kleine Pause mache und ich habe eine kleine Pause gemacht und jetzt lade ich wieder ein YouTube-Video hoch. Deswegen ist meine Vorhersage, dass die Reaktionen ähnlich sein werden und ich bekomme zwei Reaktionen. Die eine Reaktion, die ich oft bekomme, wenn ich eine Pause mache, ist, Ah, ich habe dich vermisst! Und das ehrt mich sehr. Es ehrt mich wirklich, dass ihr mich vermisst, wenn ich mal eine Pause mache, obwohl ich, wie ich in einem Video gesagt habe, eigentlich nie eine Pause mache. Ich arbeite nur an anderen Projekten. Zurzeit arbeite ich gerade an einem neuen Kurs und die andere Sache ist, es gibt keinen Grund, warum du mich vermissen solltest. Ich muss erwähnen, dass du, wenn du mich vermisst, auch einfach mir eine Nachricht schicken kannst. Wenn du mich vermisst, dann mache folgendes. Besuche AuthenticGermanLearning.com Und wenn du auf der Webseite den ersten Button klickst, den du siehst, die erste Schaltfläche, die du siehst, dann kannst du mehr Materialien von mir bekommen oder dann kannst du einen Anruf mit mir planen, je nachdem, wie die Webseite zurzeit aussieht. Ich versuche, die Webseite immer so zu gestalten, dass wirklich die wichtigsten Materialien gleich sichtbar sind auf der Homepage. Wenn du mich vermisst, dann stelle sicher, dass du auch die anderen Materialien nutzt und die anderen Angebote nutzt, denn es gibt keinen Grund, und warum du mich vermissen solltest, weil ich so viel Material produziert habe, dass du eventuell noch nicht alle meine Materialien gesehen hast. Okay? Und die kannst du nutzen, während ich mal keine YouTube-Videos hochlade und dann kannst du weiterhin Deutsch lernen. Die zweite Art von Kommentar, die ich bekomme, ist Du bist zurück! Was mich auch ehrt, aber aus meiner Perspektive ein bisschen seltsam scheint, denn ich war die ganze Zeit in meinem Körper. Ich war nie weg aus meiner Perspektive. Ich scherze natürlich, aber der Punkt ist, ich bin nie weg. Ich reagiere immer, wenn du mir eine Nachricht schickst oder wenn du einen Anruf mit mir planst. Deswegen bin ich nie weg. Ich bin immer für dich verfügbar, besonders wenn du mein Schüler werden möchtest. Ich habe eine bestimmte Anzahl von Schülern, die mit mir Deutsch lernen und diese Leute sind mir sehr wichtig und mit denen kommuniziere ich sehr gerne und denen erkläre ich sehr gerne ganz viele Dinge über die deutsche Sprache, deutsche Kultur. Die möchte ich so sehr wie möglich inspirieren. Wenn du also mein Schüler sein möchtest und nicht nur mein Zuschauer, dann kontaktiere mich und dann werden wir herausfinden, wie ich dir am besten helfen kann mit deinem Deutsch. Okay? Und die dritte Ansage, die ich habe, ist, dass ich bald mit Let's Plays anfangen werde und das mache ich, um dich zu unterhalten und mich zu unterhalten, während ich dieses große Projekt mache. Im Hintergrund, ja, das ist der Grund, warum ich keine YouTube-Videos veröffentlicht habe in letzter Zeit, weil ich im Hintergrund etwas vorbereite und deswegen habe ich keine Zeit mehr, um YouTube-Videos zu produzieren. aber wenn ich mal Pause mache, dann möchte ich, dass du auch etwas davon hast. Wenn ich mal nicht an diesem Kurs arbeite und stattdessen mir denke, ach, jetzt möchte ich eine Pause machen, jetzt möchte ich lieber mal ein Computerspiel spielen, dann möchte ich zumindest sicherstellen, dass du mir zuschauen kannst dabei und auch an diesem Spaß teilhaben kannst und auch mitschauen kannst, wie ich dieses Computerspiel spiele. Okay? Das war's für heute und wir sehen uns bald. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.